Hallo und willkommen zurück zu Resonant Siebel 7. Und wir haben einen Bosskampf hinter uns. Oder vor uns. Und vor uns. Push the button. Push, push, push the button. Okay. Hi. Können wir das Ganze vielleicht jetzt ohne Lex klären, dass wir nahen? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf. Stopp. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so widerlich. Okay. Jetzt machen wir alles besser. Hallo? Nimm das. Nimm das. Ja, ich rufe erst mal noch ein bisschen. Geiler Schuss. Ich meine, geiler Schuss. Ja. What the fuck? Ah, da ist auch so Schlüssel. Nice. Ich habe eine Kiste an meinem Fuß. Gib mir die Waffe. Jetzt setzt es was. Jetzt setzt es was. Ins Gesicht. Mother. Trucker. Ich hau ab. F, 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 F. Los, los, los. Rein da. Use it. Jetzt setzt es wirklich was. Da. Guck mal, wie fühlten Sie sich das an, so rumgeschubst zu werden von dem Auto. Ja. Get wrecked. Alter. Scheiße. What the fuck? Ich habe nicht erwischt. What? Okay, nochmal. Jetzt aber. Alter, stirbt doch mal. Alter, guckt. Ihr müsst euch mal ab und zu hier das Handgelenk angucken. Das sieht so weird und ekelhaft aus. Wo ist denn der? Drüberfahren? Wow. So. Ei. Geh doch einfach von der Gaspitale runter. Geh runter von der Gaspitale. Scheiße. Oh, oh. Das könnte ein bisschen wehtun. Nein. Wow. Kumpel, wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Das muss nicht sein. Scheiße. Ich muss mal meine Kopfhörer leise machen. Warte. Jetzt züttel ich alles mit. Hahaha, er ist tot. Hoffe ich. Ich meine, bei mir hat es auch nicht so gut geklappt. Wenn der steht nochmal auf. Alter, der arme Deputy. Okay. Was nun? Wir haben kein Auto mehr. Definitiv nicht mehr. Jetzt dürfen wir zu Fuß gehen. Super. Ach nee, draußen steht ja noch das Polize... What the fuck? Fuck, er steht noch... Oh, das war so klar. Geh weg von mir. Geh bloß weg... Ja, alles klar. Nein. Lass doch los. Meine Fresse. Okay. Okay. Alles gut. Bitte bleib doch einfach mal tot. Plage. Hallo? Ruhig dich wieder. Spiel erst. Danke. Oh, come on. Wunderheilung. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Ach, scheiße. Okay. Kannst du nicht einfach sterben? What the fuck is los mit dir? Wunderheilung. Du hast die tiefsten Wunden deines Lebens? Kein Ding. Nutz einfach... dieses Wunderheilungsdrankchen. Wunderheilung. Flintenmunition. Nein, 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 nein. Ich will nicht runter. Nein, 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 nein. Ich will nicht runter. Ich will hier oben bleiben. Äh, was haben wir hier? F. Okay. Ah, hier für die Aussparung für die Tür, hä? Ja, nice. Schieb das mal. Guck mal da jetzt hier raus. Die da nach raus. Hat er sich gereimt? Nur ein klein wenig. Nice. Ach, hier haben wir keinen Fallschaden. Aber, okay. So, hier für die Tür. War es doch gedacht, ne? Ah, ja. Ha! Sesam öffne dich. Können wir was kombinieren? Ach, so haben wir schon. Okay. Super. Wir haben nochmal extra Heilung. Wow. Warum sieht das überall so kaputt und zerstört aus? Okay. Ich hab davon schon einmal eingefunden. Schießpulver. Oh, nice. Was ist denn mit den antiken Münzen? Hm. Was ist das ekelhaft hier? Äh. Was ist das? F. Ohrenpendel. Okay. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Ja. Äh. Berichte von vermissten Personen haben wir in den letzten zwei. Dadaadaada. Okay. Das haben wir... Das hat uns schon der Deputy-Elf verraten, dass mehrere vermisste Personen hier gesucht werden. Was ist das? Muss ich das verstehen? Maybe not. What the fuck? Telefon. Was haben wir hier? Evelyn. Zweiter. Nein. Was ist das? Okay. Eine Tür mit einer Aussparung wieder. Ich hab das... Hallo, Homie. Alter, ich will dich... Bist du genauso... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann sie nicht... Okay. Don't question Mark. Das sieht aus, als würde ich ein paar Aussparungen benötigen. Benötigen. Ist das die Türen? Was ist das? Das ist Kompione. Okay. Keine Ahnung. Äh. Dieses Haus ist voller Türen. Aber... Alle Türen sind abgeschlossen. Spiel mir hier Pineview Drive. Oh, da ist noch so ein Head-Dings... Ding, ding, ding. Erwischt. Margaret, bring den Hippie-Misskerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Ich möchte gar nicht wissen, was die machen. Also anscheinend ist es halt wirklich so, dass die vermissten Personen hier alle landen. Also das macht zumindest mittlerweile so ein bisschen den Anschein. Äh. Da wird übrigens gesagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Okay. Was haben wir hier? Ein dickes, fettes Buch. F. Okay. Oh. Für die Aussparungstür unten. Nice. Schon mal ein Teil. Scheint dort aber noch mehr zu fehlen. Wow. Lack des Todes. Ich muss dann mal die Einstellung ändern. Irgendwie... Ich glaube, V-Sync muss aus. Oder so. Keine Ahnung. Ähm. Auf alle Fälle auch ein Bass. Rechner hält den... Das Spiel eigentlich sieht locker aus. Also, ich weiß nicht, was dir leckt. Weiß nicht, glaub's vielleicht. Einfach nur auch um... Aufnahmeprogramm liegt. Kann gut möglich sein. Aber wir haben hier noch ein Kräuterli. Das Badezimmer. Das sieht schrecklich aus hier drin. Es gibt nichts Schreckliches als ein dreckiges Bad. Und ein dreckiges Klo. Uuuh. Iiii. Was ist das? Oh, ist das ekel? Uuuh. Es blubber uns. Warum machen wir sowas? Pillen. Was ist das? Holzstatue. What? Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Ja, das stimmt. Ich hab da auch keine Ahnung. Hallo? Gehst du dort raus, bitte? Hallo? Game? Game? What the fuck? What the fuck? Der lebt ja immer noch. Jesus, kannst du nicht einfach sterben? Du gehst mal auf den Senkel. Ich wollte die Tür zumachen. Ach, komm schon. Ja, ab in die Nieren. Und in den Magen. Das ist sehr nett ausgedrückt. Autsch. Doppelau. Ach, komm. Was hat denn der auf? Waffen? Krap. Ab. Stimmt der? Okay. Ich glaub, wir haben nur ne kurze Zeit. Der ist nur... Der ist nur für ne kurze Zeit. Okay. Ich hab ein Video. Ich hab ein Video. Gucken wir uns das mal an. Jo. Hau rein da. Mia, Ethan, please watch this. Okay. Juli 19. 2017. Mia Winters. Ist das aktuell? Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Wie hältst du da jetzt die Kamera? Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Nicht wieder erwischen lassen? Alter, was sind... Sind wir jetzt Mia? Geil. Ich bin meine verrückte Ehefrau. Die kommt näher. Ich hau ab. Alter, ich muss dann gleich die Folge beenden. Dies mit den Lexus ist mir einfach zu blöd. Und das ist halt auch nicht für euch schön anzusehen. Also, wie schwer es bis nächste Folge... What the fuck? Geil drüben, Mami. Jetzt gibt es nichts Schlimmeres als sowas. Ein nerviges Kind. Okay. Was ist das alles hier? Das sind doch alles... Das alles ist doch fast alles so organisch angelegte Haufen... Keine Ahnung. Okay. Tschüss. Nein, 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 nein. Warum sind die Tücher zu? Nein, 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 nein. Oh, Jesus. Ja, du warst ein böses Mädchen. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich kümmere mich darum um die Lex. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und sorry, dass die Folge so kurz ist.